Das also ist er, Pep Guardiolas Wunschspieler bei den Bayern. Der Trippel-Gewinner hat seinen spanischen Neuzugang Thiago Alcantara offiziell vorgestellt. 25 Millionen Euro ließen sich die Bayern die Dienste des Mittelfeldspielers kosten, der in München einen Vertrag bis 2017 unterschrieb. Guardiola und der 22-Jährige kennen sich gut. Unter dem neuen Bayern-Trainer hatte Alcantara einst beim FC Barcelona debütiert. Zuletzt hatte der Sohn des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers Marzinho bei der U21-EM in Israel mit dem Titelgewinn und der Auszeichnung zum besten Spieler auf sich aufmerksam gemacht. Bei den Bayern wird Alcantara den Konkurrenzkampf weiter verschärfen. In Guardiola dürfte er dabei aber einen prominenten Fürsprecher haben.